Herzlich willkommen, unsere Schönheitsanwärterin im Europa-Park in Rust. Hi, geht's euch gut? Mensch, da sieht ja eine besser aus als die andere. Da habe ich mir gedacht, wenn die Damen schon alle Scherpe haben, brauche ich auch eine. Aber ich glaube, ich kann mit euch nicht mit konkurrieren. Jetzt frage ich vielleicht einfach mal an die Runde. Die ersten, die hierher gelaufen sind, die haben gefragt, sag mal, der sieht ja aus wie echt. Ja, ist er denn jetzt echt? Ja, er ist echt. Wer hat ihn denn schon mal angefühlt von euch? Wie fühlt er sich an? Ja, eisig, bisschen kalt. Ja, also auf jeden Fall scheint er schon zu schmelzen vorne. Ein bisschen schon, aber vor allem strahlt er mit euch um die Wette. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück für die Wahl. Ihr habt ja schon fleißig gebrubbt. Wie waren denn die ersten Brummen? Gab es denn schon so ein richtiges Fauxpas, wenn man das mal so fragen darf? Nee, eigentlich ist noch nichts weiter passiert. Wir strengen uns alle an und konzentrieren uns, dass es auch schnell über die Bühne geht. Damit dann nichts verrutscht oder so. Mit hohen Schuhen ist auch noch nichts passiert. Und der Bikini ist auch nicht verrutscht. Großartig. Ja, dann sagen wir mal, toi, 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 dass alles gut läuft und euch viel Glück. Und vielleicht können wir einfach noch ein Bild machen, dass ihr alle einmal kurz den Gletscher anfasst. Denn ich glaube, so viele heiße Frauen vertragen unseren Gletscher nicht. Vielleicht bringt ihr ihn schneller zum Schmelzen, als das wir eigentlich denken. Alle mal so dran, genau. Super. Und vielleicht könnt ihr noch einfach auf drei sagen Gletscherschätzer, alle zusammen. Eins, Gletscherschätzer. Eins, zwei, drei. Gletscherschätzer. So hübsch war unser Gletscher, glaube ich, noch nie. Vielen, vielen Dank und euch viel Glück. Danke. 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 Vielen Dank.